Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video auf meinem hübschen Kanal und ja, ich bin jetzt hier in einer Mission drin und ja, ich würde mal versuchen, die hat 5, die 5 Totenköpfe als Gefahrungsstufe und wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefällt, zeigt es mir gerne mit einem Abo und einem Like und einem Kommentar, würde mich sehr freuen und wir starten direkt rein. Okay, um euch zu sagen, was hier los ist, also es geht um eine Sägemühle, aber für eine normale Sägemühle sind hier echt viele Rote unterwegs. Äh, wo ist da ein Feind, bitte? Oder was? Ach, da. Oh, hier sind schon direkt Rote am Anfang. Uh, die Frage ist, was machen wir als erstes? Wo gehen wir lang? Hier rüber? Ja, ich glaube... Genau, ihr haltet hier oben. Rupf vorrücken. Wir rücken vor. Also Nahrung, holt jemand die Nahrung. Rupf vorrücken. Du bist auf Position. Präzise. Vorrücken. Pressen Sie. Besluch. Depřítel. Som tu. Zaujíman poslícius. Scharfstütze gesichtet, hoch. Präzise. Tak se podívame. Depřítel. Ein Angreiftrupp, das ist ein Trupp. Ah no. Gefährlich. Gut. Ruhlmodus. Speer 1. Und Scharf. Ja, da haben wir ihn. Kundschafter und kriegen wir aber ganz leicht hin. Vorrücken. Du na posi. Vorrücken. Der Kommandant muss als erstes getötet werden. Stein 1. Der kommt. Weil er herausfinden muss, was los ist. Stein 2. Há? 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 Ich hab sie wieder. Und ich klapp das. Ich lock sie hier genau. Genau, stoppen. Und werfen. Ja, die kommen immer näher. Genau, ihr seid bis dahin zur Box. Ich hab ihn auf. Ich hab ihn nicht beholt. Huh!? Die Menschen sind bereit. Ich bin bereit. Sie können sich aufhalten. Ich bin auf. Der Böcke! Keine Ahnung? Da ist das. Ja? Ich bin auf der Weg. Deine Ahnung. Ja, ich kenne einen Kriter. Ich bin hier. Gut. Was? 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 Hörte sie. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 5. 1. 1. 2. vorrücken heute mit pistolen bloß ist ganz leicht nicht Hier hin. Genau, dich muss ich als erstes umbringen, weil die sind ganz leicht zu töten. Dich nicht. Guck mal, da ist ein Stein. Oh no! Ja genau! Au! Heck aus, alter. Rückzug, ihr beiden. Vorräten. Und schon mal die Vorräte. Genau, stoppen. Gut. Kommt her. Gut, wir haben es geschafft. Die Hälfte. Bereiche die Sägemühle. Wir müssen die Sägemühle zurückaubern. Ich würde sagen, die Heiler steigt ein. Wie ist das? Wie ist das? Ich bin bereit. Warum hat der so wenig Leben? Boah. Ein. Aber ganz schnell. Ich weiß, was wir machen. Die Locken. Ich weiß, was wir machen. Das Auto zieht sich komplett zurück, erst mal. Um, das Auto zieht sich. Was ist das? Was ist das? Alle sind die Menschen. Die Menschen sind die Menschen. Eine von den Menschen hat die Klinge genommen. Wir sollten uns sehen und wissen, was sie hat. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Genau. Ich verstehe. Vorrücken. Ich verstehe. Vorfahren. Vorrücken. Die sind die einfach nur verpackt. Ich laufe einfach mit allen da rein komplett. Verlassen. Ich glaube, die sind einfach nur verpackt. Okay. Wem befördern wir? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und herzlichen Glückwunsch. Bestätigen. Weiter. Ja. Munition. Und. Achttausend. Wir müssen von manchen Soldaten auch die Fitheit mit. Arbeiten. Machen. Genauso. Zwei Verwundete. Da gehen wir auf den Sanitätswagen. Es gibt keine Soldaten, die... Ach ja. Ja. Die laufen ja jetzt erst wieder zurück. Okay. Okay. Die laufen erst wieder zurück. So Freunde. Dann würde ich sagen. Ähm. Das war's mit dieser Folge. Eine kleine Mini-Folge mal wieder. Nicht Mini kann man sagen. Aber egal. Wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefallen hat. Zeigt es mir gerne mit einem Like und einem Abo. Würde mich ganz sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video natürlich wieder. Wir sehen uns im nächsten Video.